Liebe Bürger, aktuell aus dem Landtag. Heute auch für mich ein neues Gebiet, allerdings in Vertretung öffentlicher Dienst, Schulpolitik, Erziehungspolitik. In der ersten Runde hat Anne Zyron die bayerische Erziehungs- und Schulpolitik aufs Korn genommen und hat hier den Finger in die Wunde gelegt. Meine Profession war, dass ich aus der Praxis berichte, warum dieser Antrag, der zwar von den Grünen eingereicht worden ist, also A13, auch für Grund-, Mittel- und Förderschullehrer. In diesem Fall haben wir uns in der Arbeitstagung der Fraktion vor kurzem damit befasst. Wir haben auch dazu eine Stellung bezogen, dass es notwendig ist, gerade die Grundschullehrer und die Mittelschullehrer mit den zunehmenden Aufgaben gegenüber den bisher besser bezahlten Gymnasial- und Realschullehrern, gleichzustellen. In der Grundschule wird zunehmend mehr verlangt, auch Betreuung, Migrationshintergrund ist eine zunehmende Aufgabe, wo viel Fingerspitzengefühl, viel Ausbildung für diese Lehrer erfordert. In der Praxis ist es so, dass durch die schwache mobile Reserve immer mehr Schulen Probleme haben, den Unterricht aufrechtzuerhalten. In der Praxis ist es so, dass teilweise Elternbeiräte einen Unterricht in einer Klasse halten, weil drei von sechs Klassenleitern in der Grundschule ausgefallen sind. Dieses konkrete Beispiel hat sich bei mir zu Hause in der Familie ereignet, also man kann es unmittelbar wahrnehmen. Fakt ist auch, dass am 21.09. der Ministerpräsident nach der Klausurtagung der CSU-Fraktion bekannt gegeben hat und bekanntlich ist in der CSU-Fraktion nicht der von den Freien Wählern für das Ressort zuständige Kultusminister Piazzolo dabei, sondern der Ministerpräsident hat dies an sich gerissen, nachdem er genau gespürt hat, dass das ein entscheidendes Thema zur Landtagswahl 2023 sein wird oder sein kann, wie es 2008 schon einmal war für die CSU, wo sie in einem fürchterlichen Debakel 18% an Stimmen verloren haben und das Maßgebliche war nach Wahlanalysen die verfehlte Schulpolitik. Auch dieses ist jetzt hier festzustellen, dass wir Anreize schaffen müssen, dass junge Lehrer auch für die Grundschule sich zur Verfügung stehen. Da ist die AfD voll auf dieser Linie und stimmt deswegen diese Besoldungserhöhung A13 zum nächsten Haushalt zu, weil wir können es ja nicht jetzt gleich zwischendrin einführen, sondern zum Haushalt 2023. Da sind wir dabei. Aktuell ist natürlich dieser fürchterliche Affront, wo eine Julika Sand von der FDP, unserem Fraktionsvorsitzenden, der 20 Jahre Behindertenbetreuung gemacht hat, angreift, weil wir belegbar, mit Zahlen, nachvollziehbar einen Gesetzentwurf zur Erhöhung des, beziehungsweise Einführung des Behinderten- und Gehörlosengeldes eingebracht haben. Ich möchte nur daran erinnern, dass der ehemalige gestern geehrte Ministerpräsident Stoiber genau diese Unterstützung für Behinderte im Rahmen seiner Sparwelle aufgegeben hat. Und jetzt wird die AfD angegriffen, sie werden hier diskriminierend und so weiter. Also ich verstehe voll und ganz und von meiner Person darf ich sagen, ich betreue eine geistig behinderte Person. Also ich fühle mich hier angesprochen auch und ich teile die Meinung von Ulrich Singer, dass er das scharf zurückgewiesen hat, zu Recht. Eine wichtige Entscheidung ist auch heute noch gefallen, dass die Ampelkoalition in Berlin die Cannabee-Freigabe haben will. Hierzu habe ich gestern mit einer Schulklasse diskutiert. Und interessant war das Stimmungsbild, das eine Schülerin hier zu uns gefragt hat. Natürlich die FDP und die Grünen waren dafür, die anderen Regierungsparteien waren überhaupt gar nicht anwesend, auch die SPD nicht. Ich als AfD habe klipp und klar die Meinung der Mediziner, der Verbände der Mediziner, des Polizeipräsidiums Südoberbayern, wo wir vor kurzem ein Gespräch gehabt haben, aber auch viele anderen Polizeidienststellen wiedergegeben, dass das einfach eine Einstiegsdroge ist. Nichtsdestotrotz ist die medizinische Verwendung von Cannabis von uns auch als AfD absolut gewünscht. Also da sieht man, welche verkehrte Welt wir haben. Es gibt anscheinend keine anderen Probleme mehr. Das ist für uns eine Einstiegsdroge und deswegen kann es nicht zu einer Legalisierung kommen. Auch in Holland gibt es trotz dessen auch Probleme, weil es nicht deutlich geregelt ist. Und wir würden in Deutschland natürlich wieder alles besser machen. Immer die Deutschen werden alles besser machen. Wir sagen als AfD, es gibt dringendere Probleme, aber vor allem aus gesundheitlicher und auch aus rechtlicher Sicht sind wir hier nicht dafür. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.